Herzlich Willkommen zu einem neuen Minecraft... Ich bin ganz vermiss. So, wer mod, oder? Äh, zu einem neuen Projekt. Und zwar ein Mod Let's Play und eine Spiegelung mit Mods. Ähm, ihr seht die vier schon wieder drin. Äh, ich hab mal Sergi-Brival-Plant hier genommen. Ähm... Jo... Und zwar, ich wollte ich, ähm, eigentlich ein anderes Mod Let's Play machen. Und zwar, ich hab nur Mods drin, die ich schon vorgestellt habe. Und dann soll ich einen Mods vorstelle. Dann, ähm, kommt der Material hinzu. Ähm, das hab ich versucht, hab ich alles schon gemacht. Aber es hat einfach nicht passiert. Dann hat er vor Ort nämlich gestartet. Ähm... Ich hab jetzt angefangen. Also, mit allen Mods, die ich drin habe, es sind insgesamt 7.000 Mods. Deswegen legts auch so total... Ich hab bestimmt... Äh, später suche ich die FPS-Einbrüche. Ähm, verzeiht mir das bitte. Okay. Äh... Jo... Und zwar auf die Thesen. Und schau mal los. Ähm, es könnte dürfen lecken. Ich hab hier... Vielleicht ist es mir richtig. Also, ich will auf jeden Fall lecken. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich das überhaupt so fertig mache. Also, nochmal. Und... ...und... ...und... ...lecken müssen nicht generieren und so, ne? Ähm, glaub ich. Äh, was ist das denn da? Ähm... ...und... 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 Hallo? Wer seid ihr denn? Wie bitte? Knochen brauch ich jetzt nicht. Ich kann Items droppen. Ah, ich muss auch die Störung ändern. Ah, das ist natürlich jetzt grausam. Ähm, das ist jetzt auch mein... Drei, vier... Das ist jetzt mein... Das ist jetzt auch mein vorletztes... Video... Äh, bevor ihr... Äh, bevor ich überhaupt... Ähm, ja. Vorletztes... Und mittel danach... Also vielleicht guckt ihr gerade dieses Video und dabei den Chat... Da hatte ich dann eine neue Folge hoch. Ähm, ja, wir haben schneller, das ist das schon. Ähm... Noch nicht ein Wundenbezieher, aber... Ich hab so viele Mots drin, ey. Total wunderschön. Total wunderschön. So dermaßen. So dermaßen. Mal gucken, was ich im Laufe der... Serie so... Ähm, ja. Vielleicht gewinne er sich dran. Mal sehen. Ähm... Und da hatten wir auch schon... Äh... Von den Lucky Blocks. Ich will mit... Die Demetory gleich? Ich... Kann man sich mal herstellen? Nee. Äh... Was? Äh... Na... Die... Die... Die Demetory 2... Äh... Ja, und das ist Stau, muss ich da jetzt auch nicht empfehlen. Das ist... So schlecht. Und zwar hier in einer rote Lucky Blocks. Äh... Werde ich dann einfach irgendwann vorstellen. Nächste Woche oder so. Keine Ahnung. Ich hab schon... Einen Bruch gehabt und... Es kommt... Au. Oh, 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 oh. Diaz! Es sind ganz viele... Wir haben neun Diamanten! Wir haben neun Diamanten! Neun ganz viele Hühner! Das war doch mal eigentlich geil. Was ist da hinten? Achso. Ja, ich hab ähm... Südnummer auf STLG. Aber jetzt hab ich das auf Z. Oder muss ich mal gucken. Ich muss das schon unbedingt ändern, ey. Ich geh mal in ein Gebiet, wo nicht so viele Bäume sind. Weil es sind auch... Ein bisschen weniger. Also nicht, wo jetzt hier riesen viele Bäume generiert werden müssen. Und... Fische! Achso. Achso. Eine Lunge hat es gebetenkt. Achso. Aber wir haben noch keine Lungen. Ja, ein Kiemen. Oder? Ich hab so viele... Ich bin absoluter... Ich bin absoluter... Ich bin absoluter Biologie-Professor. Kannst du das hier überziehen? Außer nicht, wo man sie wollen. Vielleicht will ich auch mal vorstellen. Aber der ist groß. Achso. 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 Vielleicht finden wir auch so eine... Essenhütte. Das ist ja immer echt cool. Ich bin so ein sehr am Meer. Können wir mal gerne mal einen Wegpunkt setzen oder? So. Oh. Ich hab hier nach oben gesetzt. Und jetzt bringen wir jetzt 9. Einwegpunkt. Was ist denn hier? Shropland. Okay. Hm... Ich hab jetzt mal gemacht. Warum? Wenn auch ich auf Sonsborn wollen. Ah, ich hab... Aha... Keine Spitzhacke. Das ist so dumm. Ich bin jetzt geraden, ne? Vielleicht zwei Steinachse, aber keine Spitzhacke. Genial. Genial. Meine Lunge. Meines Fisches. Ja, das dauert lange. Eine Holzbezacke, Steinfarmen. Das ist doch ewig. Ich hab schon mord gewachsen. Ich werd grau. Ich werd grau. Ich werd grau. Grau wieder Stein hier. Oh, ich werd RIP. Ich werd RIP. Ich werd RIP. Mh... Gut, ähm... Ich mach da noch mal die Erfahrung. Oh nein, jetzt... Ha! Ha! Stormpass? Oh mein Gott. Hacker! Hacker! Schieb da! Nein. Bin ich absolut nicht... Hacker doch ne! Never! Niemals! Forge, lieber Gott. War ich auch drin? Oh ja. Ach, die Tuch kommt nicht an dieser Seite hier. Ist alles ja klar. Also Seite hier, die... Das Holz durch mal dahin. Ich brauch vier Sachen. Ich kann die Aume machen. Äh... Irgendeine Schoffel, ne? Der Affe schon gerüstet. Und einen kleinen... schicken Ofen. Und den auch schonmal. Jetzt sind die Affe ist grad gut. Aber... Wir haben hier so einen kommenden Wald. Leute! Wenn wir Schoffel. Iiii... Bra matten. Oh, was ist das denn? Ne Duck! Ne Ente haben wir hier. Tja. Tja. Genia. Ja, nehmen wir mal Matten. Aus... Dem... Oh, I'm sorry. Aus dem... Mod... Loss of Wut. Ähm... Na. Oh. Was ist das denn hier? Oh, was ist das denn? Mit Spallen. Ach du Scheiße. Matsch. Oh, das ist so ein cooles Holz. Reidenholz, ne? Das ist cool. Der hat das, finde ich, voll geil, finde ich. Bayou? Auf meiner Website Vorschläge für Projekte, die Unterseite hat mir jemand vorgeschlagen, ich könnte auch mal einen Minecraft-Fact-Code reinmachen und ich bin visual und drüber überlegen, den Minecraft-Fact-Code. Der Minecraft-Fact-Code hat mir echt viel Spaß gemacht, ich habe eine Idee, ich mach mal schnell da hier rein. So, wenn wir mit dem Thema richtig schön explodiert, ne? Guck mal, ich verspricht für sein Buch. Oh. Okay, sehr sehr gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig. Ich mach mir auf... Ah, ich glaube das wird dann jetzt total laggen. 13 FPS... Ich weiß auch was. Ich glaube, Scholz werden sollte ich mit dem U-Gepäsch wieder rein, ne? Ja, da war kein Unterschied. Ich mach am besten, wenn ich auf 0.5. Und müsste es eigentlich ein bisschen werden. Wieso bin ich denn schwer, wenn ich so machen sollte? Wenn er denn nochmal lädt. Schöner am Sonne. Der läuft gut, der läuft gut hier, der... Äh, Zeus ist es, ne? Review 2, der läuft gut. Und es wird dunkel. Ich hab sogar einen Bullerblock über. Jetzt fix mein Bett hingestellt und dann... Good night! 62 Meter sind wir von so einem Spawn entfernt. 1.7.10. Alles klar. Ich mach einen Schäler raus, ich komm. Boah, was ist das denn hier? Vision Curve. Oh, 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 oh. Oh, ich mach's klar. Ist doch der coole Schäler. Ist ja auch der Schäler. Und jetzt noch mein Texture Pack. Oh mein Gott! Ich verfiel das Ziel, aber... So was von. Oh, wer fährt seinen Bruch? Every day! Ja, hier ist auch im... Wald. Also, hier wird's... Leggen wie... Eine Sau. Was? Ich... Ich hoffe, er muss noch zu labern. Ich geh am besten aus dem Wald raus. Ähm, der ist mir einfach zu doof. Was soll ich denn nicht machen? Hier ist ein Bird. Sehr schön. Ah! Ich will hier ein Shropland. Ich will hier ein Shropland. Was die Fächer noch finden sollte. Ich will hier ein Shropland. Oh, Eisen. Was er drängt. Ah! Ah! Okay. Ähm... Oh, ist das hier? Oh, ich bin schon. Wie... Auf geht's? Alles klar. Oh 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 oh! Wer ist ein Bruch? Aber sowas von? Ich weiß. Ich will auch schon in diesem coolen Wald hier dran, ey. Weidenholz. Was ich aber eigentlich was cool finde, eigentlich? Wie findet mir das? Ähm... Okay, wir schwimmen jetzt auch mehr ans Ufer. Äh, oh, was ist denn? Oh, 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 ist schon so ein Pilz oder so, ne? Fliegenpilz. Ist das denn ein Turtle? Okay, Leute, ich beende damit mit diesen FPS-Einbruch mal diesen ersten Part von diesem Monty's Play. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like schauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschau.